Oh nein. Ich höre den Herzschlag. Meinen Herzschlag. Andächtiger Rabenkranz. Gegen den Wandler spielen. Oh oh. Ich glaube wir haben Halloween, oder? Ist das der Wandler? Der sieht so aus wie die Halloween-Maske unten, deswegen. Einer der Filme, die ich als Jugendliche am meisten geguckt habe und am meisten gehasst habe. Scheiße, du bist nicht immer in der Nähe, oder? Oh, ist das unübersichtlich, ist das unübersichtlich. Scheiße. Ja, mach. Was machst du denn? Verparieren, hoffe ich. Wo bist du denn? Scheiße, scheiße. Der ist hinter mir. Nein. Doch, das war der Killer. Ich höre doch schon die Halloween-Musik. Oh fuck, ich komme euch hingegen. Da kommt der Killer. Ich glaube aber, da hat sich jetzt gerade ein anderes Opfer gesucht. Der ist aber langsam, kann das sein? Warte mal, der hebt die hoch. Warte mal, der hebt die hoch. Nein, jetzt ist er gestorben. Ich war doch extra da. Wer ist denn da jetzt wieder aufgespießt worden? Oh oh. Fuck. Warte, bist du, dass der aufgespießt worden ist? Nein. Scheiße, der läuft hier auch in der Gegend rum. Ich bin am Rand, der nimmt einen halb reparierten Generator grad. Ist der hinter der her? Noch nicht, ne? Oh scheiße, da hinten muss er. Nein, 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 nein. Nein. Komm, komm, komm. Oh, ich sehe. Ja, der hat da hinten jemanden erwischt. Ich habe einen repariert. Der bleibt aber, glaube ich, nicht beim Opfer. Also der läuft irgendwie danach immer wieder hier rum. Hat er jetzt einen erwischt? Ja, der hängt gerade. Ist er wirklich nicht beim Opfer? Ich weiß es nicht. Ich versuche, da gerade hinzukommen. Ich bin da. Nein, die letzten Male ist er weggegangen. Oh, warte mal, doch, da ist was. Ah, nee, du bist das. Okay, okay. Ich bin quasi rechts von euch. Da, wo jetzt hinläuft, ein bisschen... Der ist hinter euch hier. Ich bin rechts von dir, hinterm Baum. Der hat sie gepackt. Der hat sie gepackt. Und spießt sie wahrscheinlich. Oder ihn, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich im gleichen auf. Ja, ein bisschen weiter rechts hat er dann aufgespießt. Aber fuck, war das jetzt der Killer, der da rumgelaufen ist, oder? Oh, wo ist der? Hä, ist der jetzt... Ist der weg? Ich sehe den, der aufgespießt wurde und ist nicht mehr. Mich hat er. Mich hat er. Scheiße. Wo bist du? Bist du noch im Haus? Nee, nee, ich bin am Rand gewesen. Fuck, fuck, fuck. Sag mir, wenn er von dir weggeht. Scheiße. Er hat mich immer noch immer irgendwie, sehe. Ja, er hat mich. Oh, fuck, ja, ja, oh, aber ich muss hier weg. Naja, ich habe mich aufgespießt. Ich versuche zu dir hinzukommen. Er ist immer, er kommt in deine Richtung, wenn du das da hinten bist, ja. Ja, ich bin die letzte neben dir. Oh, ja, ja, ja. Ich denke mal, gerade dann ist es natürlich blöd. Dann versuche lieber, was zu reparieren. Lass mich hängen einfach. Weil er wird ja warten hier. Der wartet jetzt hier. Nee, nee, der ist hier bei mir in der Ecke. Nein! Fuck, der ist gerade vorne an mir vorbeigelaufen. Der kommt jetzt zu dir. Oh, da hinten. Ja, der kommt zu dir, ja. Ist er noch bei dir? Nee, ich sehe ihn nicht. Okay. 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 Oh, oh, oh. Also, ich werde jetzt gerade... Nein! Oh, da ist er. Scheiße, ich habe mich gerade erfangen. Ich sterbe jetzt auch. Oh, ist das scheiße. Ich war so gut. Also, um nicht erwischt werden. Jetzt haut er gegen den Baum. Bist du tot? Auch nicht. Ränge. Scheiße, der haut bei mir gegen den Baum. Ja, ich versuche einen Fluchtversuch, weil bringt ja nichts. Ja, kann ich nicht mehr probieren. Ich bin ja schon in dieser Lage, dass ich gerade aufgespießt werde gleich. Aber die anderen, meine ich, sind tot, oder? Ja, die sind tot. Ich bin auch tot jetzt. Ach, Bomben, dann. Ach, scheiße, ich hätte Punkte fürs Kämpfen bekommen. Oh, dann hätte ich doch lieber weitergemacht. Das habe ich jetzt leider zu spät gesehen. Ja, gut, du bist aber die letzte Überlebende gewesen. Also, da müsstest du eigentlich... Ich habe mich geoffert. Aber das war so blöd, weißt du, die ganze Zeit. Wirklich null Sound. Und auf einmal kommt diese Halloween-Musik. Und zack, stand der direkt hinter mir. Ich denke, scheiße. Das war so überflüssig letztendlich. Aber tapferkeit. Der ist einmal voll an mir vorbeigerannt, ne? Ich habe gedacht, scheiße, jetzt dreht der um. Der hat mich gesehen. Aber immer noch vier beim Überlebensrang. Also, warum das jetzt nicht höher geht, weiß ich. Oh, oh, oh. Ich bin aber gut auf Level 5 am Hochgehen. Okay. Wie, du bist Level 5? Ja, ich bin 4,2 Drittel, glaube ich jetzt. Puh. Ja, das untere ist immer der Killer, ne? Hast du gesagt, die eine hatte gar keine Perks. Host Verbindung getrennt. Ja, ich mache jetzt mal das Update hier. Ja, ich mache jetzt mal das Update hier.